Das Bittgebet am Tag von Arafah Das beste Bittgebet ist das Bittgebet am Tag von Arafah. Und das Beste, was ich und die Propheten von mir sagten, ist, es gibt keine Gottheit außer Allah, dem Einzigen, der keinen Partner hat, sein ist die Herrschaft und ihm gehört das Lob und er hat Macht über alle Dinge.